Wie stark hat Covid-19 den Immobilienmarkt beeinflusst? Diese Frage wurde uns in den letzten Wochen sehr häufig gestellt. Nun, die Auswertungen der Grundbuchzahlen für das erste Halbjahr 2020 zeigen noch wenig Auswirkungen. Das Transaktionsvolumen, sprich der Wert der verkauften Immobilien ist mit 16,4 Milliarden Euro ident. Die Verkaufszahlen sind im ersten Halbjahr 2020 um 4,9 Prozent auf 67.300 gestiegen, wobei die wichtigsten Objektgruppen, nämlich Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und Grundstücke im Schnitt um 6,4 Prozent rückläufig waren. Die tatsächlichen Auswirkungen von Covid-19 wird man wohl erst mit der Gesamtauswertung 2020 bzw. mit der Halbjahresauswertung 2021 sehen. Fakt ist aber, Immobilien sind sowohl bei Eigennutzern als auch Anlegern weiterhin hoch im Kurs und daran wird sich auch so rasch nichts ändern. Entscheidend für die Marktentwicklung in den nächsten Monaten wird die Kreditvergabe der Banken an Privatpersonen sein. Die Detailzahlen zu den Bundesländern bzw. zu den jeweiligen Bezirken finden Sie auf remax.at.